Okay. Da ist noch ein Panzer. Aber wenn wir es irgendwie schaffen würden, den zu holen, wäre es super. Wäre es richtig toll. Arm, zeig mal. Wo seid ihr, Säcke? Alles klar. Um die Ecke. Um die Ecke ist er. Okay, das heißt, wir müssen mit Infanterie rein. Gehen wir da hin und den von der Seite aus angreifen. Ähm. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. So viel Terz. Komm. Lad aus. Ich brauche die Boys. Du nicht. Okay. Mit Nebelkerzen, bitte. Kommen wir da hinten oben ran. Ja, wir kommen ran. Macht sie platt, komm. Holt euch die Kanone. Ab. Nein, bist du nicht. Zieht euch zurück. Zurück. Zurück, 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 zurück. Wir ziehen uns erstmal zurück. Boah. Aber dass natürlich der Sunny dabei ist, ist nicht so gut. Komm. Du sollst da rein. Panzerbesatzung. Panzerbesatzung. Ähm. Bereit zum Angriff. Warum? Infanterie meldet sich zum Dienst. Geh mal da ran. Wenn du Panzerbesatzung bist, ist das doch viel effektiver. Unglaublich. Jawohl. Verstanden. Wie lauten die Koordinaten? Okay. Einsatzbereit, Kommandant. Bringen wir uns in... Kanone in Bewegung. Ist jemand verletzt? Position. Bestätigt. Braucht man natürlich ein paar Leute, die das da oben übernehmen könnten, ne? Transporter einsatzbereit. Jawohl. Na los. Okay. Vier Sunnys. Drei Sunnys. Ähm. Bereit für die Schlacht. Infanterie einsatzbereit. Genau. Lad mal. Infanterie. Außer ihm hier. Jawohl. Der Offizier bleibt hier. Auf dem Weg. Den will ich nicht unbedingt verlieren. Erwartet fehle. Jetzt holen wir uns den Panzer da. MG geölt und einsatzbereit. Okay. Gehen wir mal an die Front. Infanterie meldet sich zum Dienst. Na los. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Okay. Ähm. Ein Stückchen weiter vorrücken. Jawohl. Und unsere Leute holen sich den Panzer. Verstanden. Erstmal. Den holen wir uns jetzt erstmal. Mach den mal fit. Fahrzeug funktionstüchtig. Ja, bis auf den Motor. Okay. Aber dagegen haben wir auch, haben wir auch kein Problem mit. Reparieren. Jawohl. Einsatzbereit, Kommandant. Geh mal rein. Zu Befehl. Gut. Der sitzt auf. Einsatzbereit, Kommandant. Erwarte Befehle. Du reparierst den. Fahrzeug funktionstüchtig. Dann können wir da eigentlich gleich wieder zwei Leute rausholen. Erwarte Befehle. Bewegung, Soldaten. Bereit für die Schlacht. Grenadier. Befehle? Bereit zum Angriff. Na los. Verstanden. Ich hätte gerne die normale Infanterie. Ja, Kommandant. Die sich das holt. Bewege um Soldaten. Infanterie einsatzbereit. Hier steigt bitte wieder mit ein. Erwarte Befehle. Ihr steigt auch mit ein. Hm. Du. Wir reparieren und füllen nach. Gehst wieder raus. Das ist mir zu heiß. Zu Befehl. Na los. So, warte mal. Artillerie einsatzbereit. Genau. Du gehst mal bitte hier hinten hin. Kanone wird versetzt. Zu Befehl. Äh, dort hin. Ja, Kommandant. Bereit zum Angriff. Dort hin. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Verstanden. Artillerie einsatzbereit. Okay, Artillerie. Bitte noch mit dort hin. Erwarte Befehle. Auf dem Weg. Marsch, Marsch. Ähm. Artillerie einsatzbereit. Bereit zum Angriff. Bewegung Soldaten. Obwohl, nee. Es geht wieder nicht. Bereit für die Schlacht. Transporter einsatzbereit. Du hast auch nichts mehr. Wir reparieren und füllen nach. Erwarte Befehle. Befehle, Kommandant. Befehle? Bestätigt. Ja, dich brauche ich jetzt mal als Scout. Tut mir leid. Infanterie einsatzbereit. Du musst leider an die Front. Ich muss wissen, was da ist. Ich muss wissen, was da ist. Infanterie in Bewegung. Und du stehst Artillerie einsatzbereit. Absolut doof. Na los. Kanonen einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Genau. Versetzen wir die Kanone. Befehle? Ich glaube, der kommt hier nicht ran. Wegen dem Geschützding. Kann das sein? Dass wenn der da weg ist, dass er da hochkommt? Ich glaube, ja, ne? Infanterie meldet sich zum Dienst. Gut. Gehen wir mal gucken, was uns dort erwartet. Bingo. Falle. Ja, Kommandant. Na los. Der Feind. Aus allen Rohren. Los. macht sie nieder. Da haben wir noch einen Panzer. Sehr gut. Den haben wir auch abgewehrt. Das lief gut. Sehr schön. Erwarte Befehle. Sehr gut. Befehle? Wir rücken jetzt weiter vor. Kanone in Bewegung. Zumindest ein bisschen. Zu Befehl. Bereit zum Angriff. In Bewegung, Kommandant. Kanone in Bewegung. Götte dahin. Fahrzeug funktionstüchtig. Erwarte Befehle. Das ist echt übel gerade. Okay. Fahrzeug funktionstüchtig. In Bewegung, Kommandant. Bisschen vorwärts. Bisschen vorwärts. Artillerie einsatzbereit. Kanone in Bewegung. Bereit zum Angriff. Ah, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. In Bewegung, Kommandant. Okay, weiter vor. Da ist noch ein Panzerbrecher geschützt. Ja, wo ist es denn? Ach, da habt ihr euch versteckt, die Säcke. Falt gesichtet. Mensch, wer verlässt. Kanonen einsatzbereit. Also was. Das wäre einer weniger. Gut. Ja, Kommandant. Das muss der Trupp sein, von dem wir schon seit Tagen nichts gehört haben. Die können kaum noch Vorräte haben. Okay. Wir müssen sie rausholen. Bewegung sollte haben. Die Warten. Gesichert. Setzen Sie jetzt Ihren Vorstoß zur Volga fort. Zusätzliche Luftunterstützung ist verfügbar. Setzen Sie sie klug ein. Gut. Wir helfen unseren Leuten. Super. Haltet durch. Wir sind hier, um euch zu befreien. Feindliche Einheiten. Ja. Armut. MG Schütze in Bewegung. Verstärkung ist eingetroffen. Gut. Wir versuchen unseren Leuten hier zu helfen. Ja. Jawohl. MG Schütze in Bewegung. Artillerie. Feuer. Los. MG Schütze in Bewegung. MG Schütze meldet sich zum Dienst. MG Schütze in Bewegung. Einsatz bereit. Komm, wir müssen unseren Leuten helfen. Befehle, Kommandant. Schneid sie ab. Ihr schadet es Gott. Kommt. Jawohl. Vielen Dank, dass Sie uns befreit haben. Wir werden bald zu Ihnen stoßen. Das wäre super. Infanterie einsatzbereit. In Bewegung, Kommandant. Okay, der hat eine Selbstversorgung jetzt drauf bekommen. MG geölt und einsatzbereit. Alles klar. Okay. Rückzug. Bewegung, Soldaten. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Alles raus. Bewegung. Alles, was wir hier haben, raus. Befehle? Kanonen einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Gut. Zu Befehl. Und du bitte auch. Bestätigt. Jetzt müssen wir bis zur Volga vorrücken. So, was haben wir denn hier? Infanterie. Grenadier. Grenadier. MG-Schütze. Genau. Die nehmen wir auch mit. Alles klar. Und raus. Sanitäter unterwegs. Na komm. Hui. Okay. Ja, Kommandant. Ähm. Panzer. Vor. Jawohl. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Da hast du nicht mehr viel über. Wie lauten die Koordinaten? Bitte? Erwarte Befehle. Dahinter. Na, Kommandant. So, die kommt an. Das ist gut. Und was ist hier jetzt noch los? Hier ist auch noch irgendwas. Ach, hier sind auch noch Leute da drinnen von mir. Befehle? Sehr gut. Befehle, Kommandant? Befehle, Kommandant? Auch die bringen wir in Sicherheit natürlich. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Brücke bis zur Volga vorr. Dort oben. Da geht's hin. Da soll es hingehen. Aber eins nach dem anderen. Gut. Einsatz bereit, Kommandant. Ähm. Du gehörst zu den Panzern, ne? Koordinaten, Kommandant? Die drei. Kanone in Bewegung. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Befehle, Kommandant? Und meine ganze... Kanone in Bewegung. Antorange an Kanonen. Befehle? Ihr seid anders, die vier. Artillerie, einsatzbereit. Ja, Kommandant. Geh jetzt bitte dorthin. Bereit für die Schlacht. Apparatur. Komm, ab in den Panzer. Jawohl. Transporter, einsatzbereit. Einsatzbereit, Kommandant. Transporter meldet sich zum Dienst. Infanterie meldet sich zum Dienst. Okay, Transportfahrzeug. Transporter meldet sich zum Dienst. Wie lauten die Koordinaten? Gut. Marsch, Marsch. Kanone wird versetzt. Jetzt wäre natürlich ein Aufklärungsflugzeug absolut bombig, ne? Dann könnten wir wunderbar gucken, was hier los ist. Ah, da ist auch noch was. Wir könnten uns natürlich da durchkämpfen, irgendwie. Aber, pff. Erwarte Befehle. Bewegung! Das könnte noch Hardcore werden. So, ihr seid... Bereit zum Angriff. Gruppe 1. Koordinaten, Kommandant? Ihr seid Gruppe 4. Ihr seid 3. Das passt. Befehle, Kommandant? Erwarte Befehle. Gruppe 9. Okay, alles klar. Haben wir soweit. Einsatz bereit. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir vorgehen. Ähm... Bestätigt. Du hast ja eigentlich eine höhere Reichweite, ne? Soweit ich weiß. Jawohl. Mit dir gehen wir mal ein Stückchen vor. Die 1. Bereit zum Angriff. In Bewegung, Kommandant. Die 3. Ja, Kommandant. Geht dahinter in Position. Kanone wird versetzt. Auf dem Weg. Bereit zum Angriff. Die 4. Ja, Kommandant. Artillerie einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Geht dahinter. Kansporter meldet sich zu riech. Und ihr folgt. Ja, Kommandant. Müsste ich natürlich wissen, was uns dort erwartet, ne? Das ist schon... Hm. Zu Gefehl. Na los. Das macht mir hier auch Sorgen. Was haben wir denn hier im Transporter? Okay, ihr geht mal. Ich muss wissen, was da los ist. Ohne das haben wir ein Problem. Bewegung, Soldaten. Ihr geht... Ihr werdet mit Nebelkerzen arbeiten. Ich muss wissen, was hier Faktum ist. MG-Schütze in Bewegung. Vielleicht können wir ja von der Seite aus das Ganze ein bisschen umgehen. Hoffe ich zumindest. Ja, zeig mal, was du kannst. Nicht angreifen. Auf dem Weg. Nur vorwärts. Da ist auch noch ein Schützengraben. Eieieiei. Das wird aber hardcore hier, ey. Wollen wir noch ein Stückchen? MG-Schütze in Bewegung. Gucken wir mal, ob da was drin ist. Bingo. Okay. Aber es ist keiner da drin. Das heißt, wir können das Ganze vielleicht umgehen. Oder auch nicht. Und tschüss. Lauf. Lauf. Weg, 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 weg. Ja, so geht's nicht. Das sind Panzer. Haben wir gerade mal festgestellt. Okay, dann werden wir jetzt folgendes tun. Da kommen wir nicht so ganz dran vorbei. Okay. Okay. Bewegen wir uns mal dahin. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das Ding ausschalten. Der Rest ist dann... Wir müssen da erstmal hinterkommen. Okay, lauf, 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 lauf. Heckt euch hin. Wir nehmen die auseinander. Komm, mach die doch da weg, da. Los, schieß doch mal. Einsatzbereit, Kommandant. Erwarte Befehle. Jawohl. Bin schwer verletzt. Außer. Okay. Holt euch das. Lauft. Lauft. Es ist nicht mehr weit. Ich kann schon den Fluss sehen. Bewegung. Okay. Problem ist, hier sind Panzer. Äh... Die Atemerei. Toll wär's, wenn die... Oh, ich bin getroffen. Sanitäter. Selsia. Erwarte Befehle. Schitte. Brauch rein, Sani. Okay, ihr werdet euch jetzt mal hierhin bewegen. Verstanden. Jawohl. Na los. Und die Eins. Erreiz zum Angriff. Okay, die fahren einfach über die Schuttberge. Sehr geil. Kurz stopp. Screenshot-Zeit. Weiter jetzt. Mann, wenn der doch... Ja, ich kann dir nicht helfen. Sanitäter. Erwarte Befehle. Verstanden. Rob mal vor, dass wir die nicht eventuell kriegen. Wenn wir die hier wegschalten könnten, wäre das sehr wichtig. Komm. Okay, das ist gut. Die sehen die jetzt. Und treffen die. Stückchen zurück. Brauchen deine Sichtweite. Bonus, ballert drauf. Gut. Artillerie räumt alles weg, während wir hier die Vorhut machen. Gut. Sehr gut. Die können wir uns immer noch holen. Ist zwar beschädigt, aber die können wir uns immer noch holen. So, mein Freund. Du gehst ein Stückchen vor. Wir brauchen noch mehr Sicht. Nicht angreifen. Zieh dich mal zurück. Dass er uns nicht sieht. Na los. Dass er uns nicht sieht. Das ist echt ein Versteckspiel jetzt, ne? Das ist wirklich tricky, sag ich mal. Bewegung. Komm, noch ein Stückchen um die Ecke. Und dann wird er gesehen, der Panzer. Jetzt ist er beschädigt. Das heißt, er kann nicht mehr schießen. Kommt, Leute. Nehmt den auseinander. Wir greifen jetzt von hinten aus an. Schleichen uns hier durch. Der ist gleich hin. Befehle, Kommandant? Jetzt haut er ab. Na, also geht doch. Dasselbe machen wir mit dem jetzt. Dann können wir hier schon mal zwischenlagern, sag ich mal. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bewegt euch mal hier hin. Schwer angeschlagen. Und wir haben ja sogar noch Verstärkung. Das sehe ich ja jetzt erst. Sehr geil. Sehr gut. Dann wollen wir doch gleich mal hinterher. Der ist hinne. Den haben wir uns geholt. Jetzt warten wir auf unsere Verstärkung. Und dann holen wir uns das Geschütz. Und der hier kann schon mal ein bisschen weiter robben. Gucken, was uns da noch erwartet. Aber schön Piano. Schön Piano. Verstärkung kommt. Na los. Du nicht. Aber dich brauche ich. Und zwar hier. Na los. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bisschen schwach, was die Munition angeht. Wir reparieren und füllen nach. Genau. Füllen mal nach. Das brauche ich jetzt auch. Beeilung. Okay. Die können uns nicht sehen. Das ist gut. Das werden wir gleich mitnehmen. Das ist gut. Wir haben uns entschieden. Wir haben uns unser Leben. Wir haben uns nicht verloren. Wir können uns soffern. Wir können uns schreiten. Wir können uns schreiten. Wir können uns unsere Leben geben. Aber wir werden uns niemals zurückgehen. Wir können uns nicht zurückgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017